Was ist gut? So ich an solche Frage Weisheit vom Dudischen Herkunftswörterbuch einhole, steht da gut. Das gemeingermanische Adjektiv, Mittelhochdeutsch, Althochdeutsch, Gwott, Gott. Guts, Englisch gut, Schwedisch Gott, gehört mit dem unter Gitter, Gatter, Vergattern und Gatte. Gattin, unter Gitter, Gatter, Vergattern und Gatte behandelten Wörtern. Zu der indogermanischen Wurzel Gate, umklammern, fest zusammenfügen, zupassen. Vergleiche zum Beispiel aus anderen indogermanischen Sprachen. Angeklammert. Das gemeingermanische Adjektiv bedeutet demnach ursprünglich etwa in ein Baugefüge, in eine menschliche Gemeinschaft, passend. Bis aber unpassend hier, also ungut, also ungatterbar. Die Verwendung von Gut in den älteren Sprachzuständen deckt sich ungefähr mit denjenigen im heutigen deutschen Sprachgebrauch, also in den Bedeutungen brauchbar, tauglich, günstig, tüchtig, brav, wacker, wirksam, ferner, anständig, ehrlich, gütig, freundlich, hold und so weiter. Gut als Ableitung, als Substantiv, Gutes, Güte, Vermögen, Besitz, Landgut. Also heißt alles gut, alles im Gatter, Gutsherren, also solche, welche Land einfercht haben, eingattert haben, eingattern. Gatte, Gattin, das Gut, das Weib so Manne einfercht in eine eheliche Gemeinschaft, in eine Beziehung, in eine du gehörst mir, ich gehör dir Beziehung, in eine gehorsame Besitzbeziehung. Also, so jemand nun fragt, alles gut, ist so Antwort Nein, es noch etwas löst. Und was fest im Gatter ist, ist eben das Gute dann. Guten dann möglicherweise solche, welche das, was als das Göttliche heißt, also als das Allaische, das All, das A da ist, so ich das Allaische, das Ätherische, das Unfassbare einsinne, einfühle. So ich den oberflächlichen Fokus aufgebe, in das Wesen von den Dingen sehe, dann sehe ich mehr. Dann sind Wolken tanzende Wesen, filigran, sehr fein, so ich sehr lange in die Wolken gucke und diesen Fokus, den der Objektivgucker hat, den ablege. Also, mach so, dass alles schön ist. Im Wesen ist das Schöne leicht einselig, so ich das Wesen sehe, so Wesen, Wesenhaft sind, so am Wesentlichen Haften ist Wesensfluss blockiert, was dann das Wesentliche verwesend macht. Das ist traurig und schafft gatternde, gute Umstände. Ja. Mal ein Einwand an das Wort Gut. Alles klar? Alles klar?